Mit Wasser kann man wunderbar Geräusche erzeugen und allgemein dreht sich im Jugendcamp vieles um Musik. Da möchte ich auch gerne mithalten und deshalb besuche ich heute den Workshop Rhythmus neu erfinden. Mal gucken, was mich da erwartet. Hola, wie ihr seht, hier ist noch nicht sehr viel los. Ich habe vor, hier heute einen Selbstversuch zu machen, hoffe, dass noch ein paar Call-Leute kommen werden, ansonsten muss ich es wohl alleine machen. Ich probiere jetzt hier mal ein Instrument selbst zu basteln, eine typische Rasse und wir probieren es direkt mal aus. Funktioniert prima. Dann machst du wieder so deutlich zu öffnen, was er kann. Ich habe sicher nicht so viel dafür, dass ich hier im Jugendcamp schon eins essen kann. Ich habe kein Rhythmusgefühl. So, guck mal, vom Schlag ist meine ganze Handboden geworden. Es tut mächtig weh, aber es macht mächtig viel Spaß.